Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen Part oder einer neuen Aufnahme, wie gesagt, von Zivilisation 5 mit dem Dayfink. Servus. Und den Craftgun-LP. Hallo. Und ohne den Fresh Flicks, denn... Weil ohne ihn, weil er keine Zeit hatte und ja... Keine persönlichen Daten ausgeben. Wir gehen jetzt nicht auf Näheres ein. Ich musste mir gerade so das Lachen vergneifen, als ihr einfach die ganze Seite draufgedrückt habt. Und natürlich sind die Dayfink. Ja, also diesmal... Ist im Prinzip Season 2, bevor Season 1 überhaupt beendet ist. Wir haben übrigens unsere Nationen schon ausgewählt. Ich bin Ramses, der Zweite. Cäsar. Und Griechen. Alles schöne, antike Kulturen, alles super für das Lachen. Tony, hast du vielleicht nicht erst gesagt? Habe ich vielleicht Persi gesagt? Das kann auch sein. Nein, ich bin Ägypter. Hier, Ramses ist das Zweite. Ägyptisches Reich, ja. Danke. Also Ägypter, Römer, Grieche. So. Damit ihr nicht zu Verwirrungen kommt. Und ich starte in der Wüste. Menschenskinder. Kein Glück. Ich gleich direkt am Wasser. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Jetzt gleich mal zum Anfang die Frage. Ich habe rechts von mir Edelsteine. Ich habe vor mir zweimal Wale. Ich bin am Meer. Ach, ich gründe einfach hier meine Stadt. Egal. Ich auch. Also du, ich solltest immer in der ersten Runde gründen. Keine zweite Runde anlaufen lassen. Krieg aber auch manchmal. Sechs Runden brauch ich für mein Monument. Ja, ist halt der Anfang. Was erwartest du? WTF? Voll cool. Warum ging es letztendlich mal bei dir länger? Es braucht nur zwölf Runden oder so. Okay. Irgendwie zwölf Runden letztendlich mal oder so. Bin ich ja mal gespannt, was die KI gewählt haben. Oh ja. Ich habe so das Gefühl, dass ich da bald von denen besucht werde. Bitte nicht wieder bis, Mark. Bitte nicht wieder bis, Mark. Wir sind jetzt alle auf unserer eigenen Insel, oder? Das ist richtig. Archipel ist heiß, die Map. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bin ich zufrieden mit. Wir haben diesmal übrigens noch drei KIs gewählt, beziehungsweise der David hat wieder drei KIs gewählt. Haben wir ja so ausgemacht diesmal. Ja. Ach, nächste Runde. Eine KI zu jedem Spieler. Sind wir mal gespannt. Interessant auch, wir wissen, dass wir auf Inseln starten und niemand hat so eine designierte Seefahrernation gewählt. Wundert mich ja schon ein bisschen. Ägypten ist immer bekannt als Seefahrernation. Ich habe schon ein paar Bahnen gefunden. Du glücklicher, ich bin ganz alleine. Nein. Nein, da wollte ich nicht hinlaufen. Bis zum Ruin. Wer kennt sie nicht? Die ägyptischen Galerien, ja? Also was mir... Naja, die Griechen da waren doch so eine... Nicht so schlecht. Ja, aber war bestimmt okay. Was mir gefällt, ich habe hier Marmor bei mir. Damit kann ich richtig schön Römer spielen. Ich habe Stein. Ich habe Stein. Griechischer Wein, da gibt es den gleichen Lied. Ja. Diesmal fangen wir aber bitte nicht mitgesang an. Okay, ja, das war letztes Mal ein großer Fehler. Hat das Copyright? Das ist griechischer Wein, ich glaube schon. Also in unserer Version ist es egal. Mit Copyright, da bin ich sicher. Danke. Ich glaube, da wird sogar die Gamer das extra. Bei euch, die gehen wir extra nicht sperren, damit sie uns alle auslachen oder so. Gamer, wir würden es promoten. Als Comedy-Kanal. Comedy ist das auch nicht mehr. Das ist Ohrenkretze. Ach, wir haben nur so eine Mini-Insel. Aha, okay. Ja, du musst auf jeden Fall Segeln erforschen. Expandieren auf anderen Inseln. Genau. Ja, halt, 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 halt. Ja, okay, ole, komm, ja. Okay. Und Zucker habe ich, sehr schön. Ja, dann gehe ich doch gleich mit Segeln. So, super. Ich verpiss mich. Oh, die erste Technology habe ich schon mal. Technology. Diese tolle Mito-Werbung, ich finde die so geil. Gibt es die eigentlich noch? Welche? Mit die Mito, wo er diese LCD-Song, ich sag mal, Technology. Technology. Richtig gut. Ah, die kenne ich. Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Oh. Was ich auch schade finde, ist ja, dass es die alte Ricola-Werbung nicht mehr gibt. Ricola. Wir haben doch gesagt, kein Gesang mehr. Wir holen jetzt eigentlich als Gesang durch. Naja, Jingles sind noch okay, denke ich. So, das heißt, ich brauche keinen Speer, keinen Krieger. Ich hole mir einen Bautrupp. Ich habe auch einen Bautrupp, Gott sei Dank. Warum jetzt erst mal einen Kornspeicher, dann brauche ich mir einen Bautrupp. Oh, ich habe schon hier Edelscheine, jawohl. Habe ich auch. Hier, immer mit euren Luxusressourcen. Ich habe Zucker. Ich habe Wale zweimal nebeneinander und dann noch Edelscheine. Also Wale sind halt sehr geil. Wale, zweimal Kornze, ich trafe. Ist überhaupt ein Luxusressourcen, ich habe keine Ahnung. Also, sobald ich mal einen von euch treffe, dann gehandelt würde ich sagen. Ja, aber das kann dauern in der Map, auf der Map. Naja, ich sehe schon ein Stückchen von der Nachbünsel. Gut. Ja, so kann ich sogar mit einem Malenschiff hinfahren. Also ohne, dass ich jetzt die Astronomie dafür erforschen muss. Ähm, braucht man Astronomie, um auf andere Inseln zu kommen? Das ist natürlich die Frage. Um das durch das Dunkelblaue zu fahren. Ja, genau. Also braucht man Astronomie. Wow, 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 wow. Ich sehe, ihr habt gelernt. Ja. Und keine unnötigen Straßen bauen, nicht vergessen. Ich verbinde jetzt nur noch meine Städte, mehr verbinde ich jetzt nicht mehr. So ist es richtig. Ich verbinde alles Mögliche, das ist mir egal. Kann niemand von euch schon Politik einführen? Ja, gerade eben. Ja, bei mir auch. Was nehme ich denn da? Zählt hier natürlich die Frage, gehe ich wieder auf Siedler? Was war denn das nochmal, wo man kostenlosen Bautrupp und Siedler bekommt? Unabhängigkeit. Ja, Unabhängigkeit. Gut, dann fühle ich das dann. Ich glaube, das mache ich auch. Ich bin ja Rom. Ja, da bin ich auch dafür Unabhängigkeit. So, neue Ruinen entdeckt. Geil, kann mir wenigstens keiner wegnehmen. Letztes Mal, als ich in meinem Singleplayer angefangen habe, oder war das mit dir, Marco? Ich weiß es nicht. Da habe ich am Anfang, ich glaube, 10 Ruinen gefunden. Bin einfach überall durchgelaufen. Das war mit Damengebühr 2. Stimmt, das war mit dir, das war mit dir, genau. Ja. Also, ich sehe, ich sehe den Schadstart. Da habe ich jetzt schon etwas intelligenteres. Stabilization angebe, aber jetzt heimlich schon Multiplayer und so zu tun. Wir haben uns gebildet. Naja, heimlich. Ein bisschen. Weiterbildung muss ja sein, also. Da kommt man ja nicht weiter. Wir dachten uns, bevor wir nächstes Mal noch beschissenes sind als davor, machen wir das nicht so. Oh, ich habe nochmal Wale hier. Geil. Ja, da kannst du nachher gleich mal segeln, dass ich weiterkomme. Ja, da bin ich auch schon dran. Ja, ich habe jetzt Keramik, habe ich jetzt noch gar nicht. Aber ich gehe jetzt auch auf segeln. Ihr wisst, ihr wisst, wenn ihr im Technologiebaum seid oder so und ihr wollt was erforschen, was ihr noch gar nicht erforschen könnt, einfach einen Doppelklick drauf machen, gell? Geht nicht auf ein, aber... Dann erforscht das automatisch, oder einen Klick oder Doppelklick, dann erforscht das automatisch alles, was ihr dazu braucht. Echt? Wusste ich nicht. Ich habe mich doch nicht so gut weitergebildet. Noch ein paar Bahnlagen, okay, das habe ich je vorher schon gesehen. Du Armer, ich habe hier immer noch nichts gefunden. Also ich bin hier, ich habe hier gerade eine Stadt stattgefunden und ich bin schön gechillt auf meiner Insel. Ich bräuchte Startstarten, ich bin ja immer in Griechen. Die wirst du finden. Hoffentlich. Ah ja, und ich habe letztes Mal in deinem Let's Play gesehen, du hast ein Arbeiterschiff gebaut. Die kannst du nicht so gut zur Kundschaftung nehmen. Also baue dir da eine Trieme. Auch eine Trieme? Genau. Oder eine Karavelle? Genau, weil das Arbeiterboot, das wird sofort gekämpft. Da habe ich doch kein Arbeiterboot hergenommen. Doch, doch, also du hast gesagt, ich habe endlich ein Schiff und dann war es ein Arbeiterboot und ich habe gelacht. Aber naja. Ihr seid, ihr seid Sidon begegnet. Danke, Sidon darf rein. Bös, noch ein paar Bahntruppen, geil, so mache ich das. So, nächste Politik. Die Konstruktionsrate der Geländefärder Modernisierung erhöht sich um 20% und ein Arbeiter erscheint, ja, ne, der Hauptstadt. Danke. Nur einer. So, Bautrupp. Das ist natürlich der Nachteil, dass in der nächsten Runde mein Bautrupp fertig ist. Verdammt. Ich habe mir gleich mal einen Siedler gegönnt. Boah, der gönnt sich. Oh, fuck, das hätte ich auch machen müssen. Aber ich brauche sowieso noch, bis zu segeln brauche ich noch ein bisschen und deswegen kann mein Siedler auch noch warten. Also ich werde mich schon erstmal auf meinen Siedler ausbreiten. Ja, ich denke... Gibt's noch viel. Ich werde auch... Wenn da noch irgend so ein Deutscher daherkommt, also ein Bismarck. Oh, was... Ich will doch gar nicht Bogenschießen haben. Ähm... Ich habe schon zwei Weizenfälle, also zwei Weizengebiete in meiner Gewalt. Okay, die Edelsteine geben mir auch Nahrung. Ich weiß noch nicht, wie ich seit wann meine Edelsteine essen kann, aber anscheinend geht's doch. Wenn die Edelsteine auf einem Feld mit Nahrung liegen, dann kriegst du Nahrung. Muss man schauen, dass es schon wie aussieht. Ich spiel in Dschungel als Nahrung. Wahrscheinlich dann. Ah, ne, wahrscheinlich liegt's am Fluss. Kann das sein? Fluss? Da ist kein Fluss. Ach, also vom See ist halt nebenbei. Das könnte es sein. Alter, ach, ach, ist tot. So, segeln sechs Stunden, dann baue ich erstmal nach ein Arbeiterboot, ja. Weil plus eins Narbeut, plus eins Gold, geben dann mir die Wale. Oder kann ich... Da dürfte ich eigentlich schon hinsegeln können, ja. Das ist spannend. Wer mein südlicher Nachbar ist. Alles so krall hier. Einer Badenlager. Wie kotzen ist das? Ich hab gerade überall Wüste um mich herum. Ich find das echt trist hier. Ähm, ich glaub aber jetzt spontan, dass wir mit Segeln noch nicht Leute transportieren können. Ich hab mal ein Arbeitsboot. Also kann ich mit Segeln schon meine Leute übers Wasser bringen. Möglich Landeinheiten, dass Wassern und Bewegungen über Wassergeländefelder, alle Einheiten, die freundlich sind, das Territorium betreten, halten diese Möglichkeit. Okay, dann brauchen wir nochmal elf Runden danach. Dann geht's so gut. Was brauchen wir gleich dann? Na, lauft mal. Achso, die Optik werden wir dazu brauchen, oder? Ja, Optik. Optik. Werd' ich mir aber, glaub ich, vorher noch die Schrift gönnen. Auf jeden Fall. Und dann geh ich auf die Optik. Ich find mich noch im Plan. Naja, das, äh, die große Bibliothek werd ich das mal nicht bauen. Ich glaub, der Bergbau und dann die Schrift. Ich glaub, so wär's intelligent. Dazu bringt mir gerade nix, aber ich kann nicht hier in der Nähe. Es kommt halt drauf, eben, äh, wenn du, äh, Juwelen hast, würd' ich auch auf jeden Fall zuerst Bergbau machen. Ja, ja. Heute ist Pi, heute ist Pi-Tag. Also Pi, die Zahl Pi. Von Mathematik. Es gibt, es gibt die verschiedensten und verrücktesten Tage. Also Pi find ich zumindest mal besser als, wie war das? Snobli, oder? Schneeblo. Schneeblo, ja. Ich denk mir auch, wie kommt man auf so'n Scheiß? Was bauen wir denn da? So gut, dann baue ich mir mal ne Trier. Nö. War schon aus wie ein guter Bergbau, haben wir gesagt. Wie geht's mal da hin und... Ach komm, ich geh voll auf Expansion, ausnahmsweise. Ich bin ja Römer. Ich muss auch voll auf Expansion gehen, aber dazu würd' ich erst auf die andere Insel mit Sidon zusammen. Verbaren. Und dazu brauchst eben noch ein paar Runden. Als nächstes baue ich dann Kornspeicher. Hab ich schon. Ja, ich habe genug im Moment. Ich baue jetzt gerade erst mal Sidler. Dann hab ich ja auch gerade mehr als genug. Meine Stadt wird in drei Runden schon auf Stufe 4, äh 5. Lädt, das baue ich auch so lang gerade? Ja. Ne, passt wieder. Jetzt. Also die letzte Runde hat länger gedauert. Ich wär von Baban schon wieder angegriffen. Das gibt's doch nicht. Wo sind wir denn hier? Du hast's aber auch immer, wenn wir den Krieger... Ich will's nicht. Wie ich noch mal angemerkt hab. So. Kaputt machen. Kaputt machen. Das ist der neue Befehl. Sicherlich. Ja, das lädt echt länger als normal. Oh, und ich hab schon einen Unglücklichen. Aber egal, ich bin Römer. Die dürfen unglücklich sein. Kratzt mich doch nicht. Ich hab plus plus drei Zufriedenheit. Wir können ja mal ein Thema ansprechen, das ansonsten kein YouTuber anspricht. Momentan. Ah. Uli, Uli Hoeneß. Davon redet ja niemand eigentlich. Nee. Kaum jemand. Hab noch kaum jemand mitbekommen, der da was sagt. Ja, ich hab die letzten Tage kaum Let's Plays geschaut. Oder sonst irgendwelche Videos. Ich hab nur den Talk von Trending Robin heute gesehen. Den fand ich witzig. Nee, das hab ich alles nicht geschaut. Ich guck mir eigentlich selten Talks an. Ich guck eigentlich... Ich bin so ein Fan davon, wenn das Spiel im Zentrum steht. Entschuldigung, hab vergessen auf Weiter zu drücken und das tut mir natürlich leid. Und dabei lädt's doch schon so lange. Hey. Schlimm, schlimm. Hey. Jetzt meine eigene Bauarbeit da angreifen. Oder was? Jetzt weg. So, Bergbau entdeckt. Wunderbar. Nee, nicht weg. Oh, und da ist der Startplatz. Ja, danke. Siegeln in eine Runde entdeckt, endlich. Die Optik, aber vorher mach ich noch die Schrift. Oh, da kauf ich mir, glaub ich, gleich ein Bötchen. Was haben jetzt meine Bauar... Meine Trier ist schon in Arbeit. Was haben jetzt meine Bauarbeiter gemacht? Nix Sekunde. Haben die jetzt, haben die jetzt. Bei mir sprennt's gerade etwas. Nix Sekunde. Ich hör' dich, ja. Okay. Also mir kommt's gerade so vor. Ach nee, das wird schon bewirtschaftet. Okay, ich hab' dacht, meine Bauarbeiter sind jetzt ein Saufen. Einfach so, weil... Irgendwie funktioniert nicht, wenn ich auf nächste Runde klicke. Nochmal? Warte, ich probier' mal was. Spammen? Hab' ich schon probiert, jetzt probier' ich was anderes aus. So. Ja, das kann bestimmt passieren, dass es so schnell gehängt. Dann hab' ich jetzt, dann erforscht ich halt vorher die Tierzucht, irgendwie wollt's nicht mit der Schriftfunktion, jetzt hab' ich nämlich die Boschung gewechselt, jetzt geht's. Keine Ahnung. Mein Internetverbindung spackt sowieso seit gestern ein bisschen rum, muss ich... Ja, seit gestern, gestern war auch wieder mein Internetverbindung ein bisschen abharsch. Aber es passt eigentlich wieder. Ja, ich weiß nicht. Meine Tern sind nicht zu Hause, also das Internet kann keiner anderen nutzen. Kann ich mir gerade nicht erklären. Elf Runde noch. Damit ist dann meine Trier fertig. Sag mal, Jungs, was ist denn mit eurer Nahrung los? Ihr kriegt doch jetzt Nahrung, oder? Ach nee, jetzt kriegt ihr erst Nahrung. Gut. Mungo's, äh. Da ist schon der nächste Barbarentrupp. Geil. So. Dann fahren wir mal mit dem Bötchen zur Nachbarninsel. Ähm, zuerst... Wow, das ist eine riesige Insel. ...zuerst Kornspeicher, zuerst Kornspeicher. Puh, ja, wenn du Nahrungbräge willst. Ähm, ich baue den großen Leuchtturm. Oder das Arbeitsboot. Ey, das wollte ich schon. Ich. Macht, macht schnickstack, schnuck. Äh, in der, im Chat. Äh, dann baue ich halt den Kollers zuerst. Der bringt auch was für die Geländefelder. Plus eins Nahrung, plus eins Gold. Soll ich lieber Wale machen, oder lieber, äh, den Kornspeicher? Ähm, Wale oder Kornspeicher? Also halt ein Arbeitsboot bauen. Arbeitsboot dürfte sogar schneller gehen, als der Kornspeicher. Das ist auf jeden Fall. Ja, aber eine Runde. Ja, trotzdem eine Runde. Ja, komm, dann machen wir ein Arbeitsboot. Ja, Siedler, ihr könnt chillen. Ich glaube, ich ziehe meine Bogenschützen doch wieder zurück. Ich werde gleich von zwei Seiten von Barbaren angefallen. Aber immerhin noch besser als die Deutschen. In Civilization wohlgemerkt. Nicht, dass jetzt irgendwie gemeint, ich hätte was gegen Deutsche. Nö, kennen wir nie drauf. Neue Politik. Ditto, also da sind wir offenbar echt gleich zur Zeit. Ja, Politik habe ich auch eine neue. Ich könnte mir jetzt neue Siedler holen. Ich hole mir neue Siedler, so sieht's aus. Ja, aber dann habe ich drei Siedler. Weißt du drauf. Dann sind sie aber gleich nicht mehr glücklich. Neue Siedler. Ich habe bloß sieben Zufriedenheit und ich brauche gerade ein Arbeitsboot. Ein goldenes Seilalter beginnt. Geil. Waschung ausführend. Das ist mir egal. Ich glaube, ich mache mal als nächstes die Optik. Na, da bin ich zumindest schon dran. Was? Hast du die Optik schon fertig? Ne, das dauert noch. So fünf Runden, sechs Runden. Das heißt, ich brauche noch die Bronzeverarbeitung, damit ich die Mine bauen kann. Was mache ich jetzt? Bronzeverarbeitung für Mine? Eigentlich doch nicht. Ja, dass ich den Dschungel abholzen kann. Achso, okay. Ihr habt wahrscheinlich auch Reale plus vier Kultur, oder? Fünf sogar. Oh, der übertreibt gleich wieder. Der hat's aber. Der schöpft die aus dem Vollen. Hm, da unten wären auch Steine. Soll ich vielleicht doch zuerst den Kalender erforschen? Na, mal schauen. Steine habe ich auch, aber ich würde jetzt nicht unbedingt den Kalender erforschen. Ich würde erst mal getiegen. Ja, aber so ein, wie heißt's, so ein Stonehenge könnte ich auch gebrauchen. Aber dafür bin ich eigentlich schon zu groß. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich keine Siedler durch meine Kultur bekommen habe? Vielleicht? Also, ich habe einen bekommen, als ich's ausgewählt habe. Ich auch. Juni, Juni, starte die größersten. Hast du das Richtige ausgewählt? Warte. Was ist denn das Richtige? Achso, ich habe das falsch ausgewählt. Die Kollektivherrschaft. Okay, super. Ich habe das falsch ausgewählt. Egal, ich habe jetzt sowieso einen Siedler. Zum Glück habe ich das falsch ausgewählt, weil ich habe jetzt ausgewählt Repräsentation. Ich habe das falsch ausgewählt. Ich habe das falsch ausgewählt. Ja, das passt alles besser. Wo, 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 wo. Achso, dann hast du ein goldenes Zehraktor. Ja, das macht Sinn. Das war dumm, dass ich einfach jetzt schon... Achso, das passt eben fertig. Ach, ich als mein kleiner Araber bin vorletzter. Du bist Araber. Du bist Ägypter. Himmelweiter unterschied. Ägypter. Kommt doch alle aus dem gleichen Eck. Okay. Ich hoffe, ich habe... Ach du Scheiße. Mein Bauder wurde gecaptured. Oh. Du hast aber auch echt kein Glück. Ich habe immer noch keinen Barbaren bei mir gesehen. Ich auch nicht. Und jetzt abschießen. Gut. Kann ich eigentlich mit meinen Siedlern meinen Baudrupp zurückholen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Ja. Hätte ja funktionieren können. Mit dem Siedlern. Naja, die Barbaren sind besiegt. Böse Barbaren. Aber wenn du sie gerade besiegt hast, müsste doch der Krieger noch nebendran stehen. Ja, aber den kann man halt dann wahrscheinlich... Was? Das entferntes Geländefels Wald hat... Achso. So, dann wollen wir mal sehen. Du Baudrup wieder eingenommen. Ragusa, bin ich begegnet. So, jetzt mache ich erstmal Wale hier. Die haben Elfenbein. Die fiesen. Baudenspeichel. Und ne neue Insel. Eineinheit kann befördert werden. Machen wir denn. Genauigkeit, würde ich mal sagen. Ach du Scheiße, ich muss ja jetzt hier nochmal... Ah, Kacke. Ich muss jetzt hier nochmal ein Arbeitsboot bauen, dass dann die anderen Wahlfelder da... Macht, gau? Das andere Wahlfeld. Das kann wohl sein. Ich bin hier schon fleißig mit meinem Boot durch die Gegend. Am Schiff von... Ne, da düse ich nur nicht drum. Ah, Lange. Ich starbste Hebe und ist gewachsen. Super. Pack mir ein Ei. Hier unten, ich störe schon mal meine Siedler hier runter. Vier Bogenschützen, vier Einheiten... Vier Personen getroffen. Du musst das. Oje, ist das... Ich glaube, die lasse ich erstmal raus. Ach so, du machst auch ein Monument. Sehr schön. Ja, 85 Dave, okay. Super. Ja, ich habe halt gerade meine dritte Stadt gegründet. Junge. Ach so, ja. Weißt du, ich bin 66, ich habe noch keine Stadt gegründet, keine zweite. Ich bin 54, aber auch noch keine. Und ich habe die Optik. Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt auch andere inseln. Eier unten noch bis zur Optik. Alter, ihr werdet sich... Alter! Dann werde ich aggressiv! Oh, und Ragusa ist direkt neben... Was ist das für ein Wunder? Cerro de Pozoi. Pozoi. Riesiger Berg mit Edelstein drauf. Ich kriege euch schon noch. Das sage ich euch. Alle. Ich mache alle fertig. Aber sehlich nicht heute wahrscheinlich, weil ich 100 Jahre brauche, um eine anständige AWE zu bekommen. Ich merke schon. Und dich 100 Jahre, um endlich hier mal die Barbaren zurückzuschlagen. Ich glaube, ich gehe doch wieder auf die große Bibliothek. Nächste Runde. Hat mir ja letztes Mal Glück gebracht. Und mein Bogenschützentrupp wurde zerlegt, dann haben wir wieder einen Kriegerdruck gekauft. Du bist doch alleine auf der... Also ich fahre ja gerade um so eine Wüsteninsel herum. Ja, das könnte meine sein. Ich habe nur Wüste bei mir. Also fast nur. Klassik. Wer hat das wohl gemacht? Oh, wer haben wir... Ah. Ne, das ist der Japaner. Weil weißt du, dass... Und da sind Kriege in Klammer Japanisch. Achso. Super. Die sind auch aggressiv. Also du hast immer die Aggressiven um dich herum. Nein, die sind immer in zwei Inseln weiter. Also... Pff. Ich habe mich in... Okolores. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt mit Athen meine Bauarbeiter abschießen, die gerade barbarisch sind. Wäre aber dumm. Wäre sehr dumm. So. Nächste Runde Optik. Übrigens der Japaner ist unter dir, Dave. Ah, ok. Ja. Das ist der mit 5 Punkten und 6 Punkten. Achso, du meinst auf den Punkten. Ich dachte du meinst... Geografisch. Ja. Oh, eine Runde noch. So, das dürfte irgendwie Tokio oder sonst irgendwas sein. Keine Ahnung. Den Kalender. Erforsch mal. Jetzt wo die... Optik ein Ende gefunden hat. Die Optik hat ein Ende gefunden. Das kann man aber auch falsch verstehen. Noch eine Insel. Ok. Wieder nur eine minimale. Ich... Ich wundschafte hier auch gleich eine nach der anderen Seite die Gefühle. Ich würde hier mal spontan sagen verschanzen. Ihm vielleicht gut. Ach, endlich. Ich kann nicht mit meinen Siedlern irgendwo rumreisen, ey. So, der Leuchtturm ist in 5 Runden fertig. Oh, bei mir dauert 7. Leuchtturm. Ja. So, was ist das hier? Nix ist das. Ich hätte jetzt schon gehofft, dass Barbaren wären dumm genug, mich jetzt anzugreifen, wo meine Einheiten verschanzt sind. Auf was geht die denn als nächstes? Auf was seid ihr in den Gang? Und ich habe jetzt die Optik und auf was geht der als nächstes? Ich bin grad bei der Schrift. Kalender. Schrift mach ich da als nächstes wahrscheinlich. Boah, ne ganze Esel voll aber wahnsinnig gerade. Zumindest da nicht genau. Schrift passt. Dann kann ich auch hier offene Grenzen Verträge machen. Warum können meine Siedler jetzt nicht übers Wasser reisen, obwohl ich Dinge erforscht hab? Optik? Kannst du nicht? Gut, dass ich es noch nicht versucht hab. Verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Ich kanns. Meine Siedler sind gerade am Wasser. Ja. Also dann... Sicher hast du Optik davor. Du musst die... Versuch sie einfach mal rein zu jagen. Vielleicht verwandeln sie sich dann. Ja, ich mach's nochmal nochmal nächste Runde. Also wir sind da keine barbarischen Bogenschützen. Aber sehr wenig Wasserressourcen. Ich hab ja echt gehofft, dass irgendwo Perlen oder so liegen. Aber nix ist hier. Hab ich auch bisher nur Fisch gefunden. Also alle. Aber ich weiß halt, dass es welche gibt wegen Alex. Na klar. In meiner Insel sehe ich auch gerade nur bisher Fisch. Sogar Barack Obama postet, dass heute P-Day ist. WTF? Wen interessiert sowas? Obama? Barack Obama anscheinend. Hä, ich kann das nicht. Jungs, was ist mit euch? Vielleicht werde ich ausruhen. Hab ich denn? Hä? Gut gemacht. Ich hab nen Barbarentrupp zerlegt. Sehr schön. Nieder mit den Barbaren. Ich check's nicht. Und schafft. Oh, mein erster Barbaren. Wie süß. Ich kann auch meine Kriege nicht ins Wasser tun. Ich blick's nicht. Dehe, dass du Optik erforscht hast. Ja, ganz sicher. Optik erforscht. Oder bin ich jetzt behindert? Ja, hier Optik. Kannst mir auch nicht erklären. Nein. Also entweder ist er was buggy. Übrigens der Barbaren hat dich überholt. Oh. Oh. Oder es liegt daran, dass ich meine Siedler, äh, vielleicht vor ich Optik erforscht hab. Ne, hab ich meine auch. Ne, hab ich meine auch. Ja, ist dem auch ein bisschen blöd. Hä? Ich, ich blick... Ich, ich pack's nicht. Egal. Dann verschiebe ich jetzt meine Siedler mal nach hier. Ja, jetzt kommt dich einfach unter. Bis dann laws einfach nach einem relatableen Snack mit.